Zack, zack, zack. So, wir laden jetzt auch mal die Jungs ein. Wir laden mal die Jungs ein und dann würde ich sagen, grinden wir noch mal ein bisschen Trio. Moinze. Weiter hinten. Was? Jo, dachte ich mir auch. Alter, wie lange? Jetzt habe ich es gecheckt. Ich kann mich linguistisch gesehen nicht so eloquent artikulieren. Das muss ich glaube ich beim CUD zocken auch nicht, Digi. Wir haben hier den Action Shop. Ich würde aber schon mal schicken. Ich fahre mit dem Auto zum Shop, oder? Ja, ich checke noch kurz das Dach ab. Mhm. Geh schon ein bisschen holen. Was? Über und trennet was auf dem Dach. Ja. Versuch den zu holen. Muss den irgendwie holen. 27 Meter, der kommt jetzt. Ah, da ist er. Ja. Sehr schön. Was sagt er? Nichts wie Drohne? Ja. Warte kurz. Der ist unten, aber auf der anderen Seite. Doch nicht. Ich habe die Hälfte dabei. Scheiße. Ich habe die Hälfte dabei. Okay. Digga, aber er aimt doch schon full auf dich einfach, als ob er es weiß, ne? Oh, der wird von hinten beschossen. Der wurde von hinten gekillt. Da ist was hinter, war der jetzt? Der dicke Hits. Ich hätte schockt, wir könnten alles helfen, was wollen. Gehst du? Oh, Mama Mia. Puh. Das war sehr knapp, Mann. Ich bin da einfach in die rein geklettert. Die sind sogar runter, die Typen. Die sind jetzt hier. Das ist top. Das holen wir uns. Die haben einen Loadout? Ja, die haben Ghost. Einer einen Hit. Einer cracked. Oh, einer noch. Oh, diese Hits, Digga. Links irgendwo. Nee, nee. Über uns. Nee, aber bei denen müssen doch irgendwie nicht einer sein. Über uns, über uns, über uns. Ja, ja, ja. Sehen. Hier ist er. Ich habe keinen Ängel. Echt? Zwei Stück? Einer noch. Nee, es war das Team. Ich habe zumindest einen White bekommen, ja. Digga, die Snipes, Leute, Mann. Was war das gerade schon wieder, Mann? Das kann man sich halt auch nicht ausdenken. Ich fühle sie. Ich bin ein Teil des Sniper, und die Sniper sind Teil von mir. Oh, da hinten. Ja, lass mal hier oben lang gehen. Die gehen hier auch lang. Zumindest einer von... Einer cracked. Der ist cracked. Wo denn? Life Mark ist cracked. Achso, ja, okay. Ja, über mir ist noch einer. Hab ihn knocked, den bitte? Ja, ich hab den anderen. Auch ein blindes Huhn? Ja, ja, ja. Komm, Digga, komm. Ja, irgendwo werden sie gleich wiederkommen. Ich weiß nicht, wie hier... Ja, hier vor uns, vor uns, vor uns. Warte, vor mir auf jeden Fall noch, warte. Ja, auch knocked. Hab ihn finished, der oben im Gelände wieder. Wo? Hab ihn knocked oben. Da, genau. Da, da fliegt einer. Der ist genau da an der Kuhle und von über uns schießt. Ich probier's hochprobieren. Schöpsel waren sogar auf mich, aber... Was war denn der? Da. Hab ihn. Ich geh hoch. Ich geh hoch. Ich geh hoch. Der Fischensatz freigegeben. Mach den Vorschlag. Fieindliche Drohne über uns. Hier hinten läuft was. Ja. Ja, Full Team. Der Typ ist halt echt sauber. Aber das geht halt auch einfach mit dem Headdy dann. So. Mit dem Headdy kann man dann halt auch einen Typen holen. Unten in der Vollwache liegt halt noch einer, ne? Und da hinten? Nein, er rutscht in dem Moment. Hit. Der hintere von denen hat... Ist crack, der ist crack. Genau, der. Jungs, der, bitte. Ich muss ihn anladen. Er hat wieder einen Hit. Ich hab keine Sniper, Mann. 99 Subs sind wir jetzt. Ich weiß, hier landen wir uns bei mir. Bei mir. Im Haus. Hab ihn noch. Wir können gleich vom Damm runter, glaube ich. Ah, ne. So eine wird oben sein. Heute schon. 51. Es fehlen 49 Subs. Bei mir. 49 Subs fehlen. Dann haben wir die... 2000er Subpoint Marke. Also Subpoints und Subs ist ja nochmal was anderes. Bei mir. 100 fuck. Er ist crack. Das war der, ne? Hab ihn. Danke. Junge. Ich hole mir jetzt den Sniper, Leute. Also wirklich. Oh, unten Sniper war uns der Typ auf der Brücke. Abinok. Genau da. Die anderen zwei sind hier unten bei uns. Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Hier hinten wird auch dick gefightet. Ja, da einer. Hat nen Hit. Abinok. Vergesst es. Man, Leute, was sind das für Kacken. Haben wir jetzt noch nen Prezi? Stefano noch nen Subkill. Stefano, vielen Dank. Danke dir, Digi. Einen Prezi haben wir. Einen Prezi haben wir. Abin. Ist down. Triple kill bekommen. Nice. Flash. Am an Subkill. Flash. Viel, vielen Dank. Da ist er. Da auch noch einer, ja. Hat nen Hit. Der ist cracked hier. Links. Cracked. Hab ihn knocked. So, Mann. Hab ihn finished. Rechts der Mate. Da. Hat nen Plattenhit. Hinter dem Baum. Ab. Oh mein Gott, Digga. Das sind die Snipes heute aber auch, Mann. Das geht doch nicht. Da und noch einer. Und der ist auch tot. Meine Güte. Was sind das für Snipes heute? Wo bist du, J.Loo? What the fuck? Was? Wo bist du? Wo bist du? J.Loo? Ich bin tot. Wo ist J.Loo, Leute? Was macht ihr hier? Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Alter. Äh, Haus, ne? Ja. Was? Das wär der Moment für den Totenstil jetzt, ey. Ah, bei mir Hits. Keine Ahnung, Digga. No Headshots. So fortlich. Hä? Ach, ne. Ne, ne, ne. Sehr schön, Meggie. Freut mich. Digga, was für eine fucking wilde Runde. Was für eine wilde Runde. Das waren die Snipes, Alter. Das hab ich selbst gefühlt doch nicht gesehen. Oder keine Ahnung. Oh. Hör auf Ansage, Leute. Oh. Oh. Okay. Okay, ich lande hier jetzt immer. Ich lande hier jetzt immer, ohne Ausnahme. Das ist mein neuer Mainland. Ich flieg jetzt mal durch. Ich lande hier jetzt immer. So. Oh mein Gott, was? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Das war sogar das Kopfgeld. Nee. Nee. Keine Ahnung, man. Leute, das geht nicht. 367 Meter und wieder das Kopfgeld. Und wieder das Kopfgeld. Komm. Das gibt's doch nicht. Ey. Leute, ich bitte euch. Was ist das? Was ist das? Freunde. Was ist das für eine Runde, bitte? Was ist das bitte für eine Runde? Und, ich bin down, oder was? Nee, bin down. Schade. Der Typ hat abgamed. War gut. Hat er gut gemacht. War schlecht von mir. War schlecht von mir. Bis zum nächsten Mal.